Wenn ich an dieser Stelle mal wage, zu sagen oder zu beschreiben, also in wenigen Sätzen zu beschreiben, es geht ja immer um den Überblick oder um etwas relativ Kurzes und Prägnantes, das nicht überfordert, aber eben auch nicht unterfordert, dann geht es hier um das Thema, was ist ein gelungenes Leben oder welche Attribute gibt es für ein gelungenes Leben? Und sich damit auseinanderzusetzen und darüber zu reflektieren oder auch sich zu informieren, sich aber immer wieder, das finde ich ganz wichtig, persönlich damit auseinanderzusetzen, das muss ja Sinn für dich selbst machen, etwas sehr Wesentliches. Also sich selber mit den Dingen auseinandersetzen und hier dieses große Thema zugegebenermaßen, das große Thema, was ist ein gelungenes Leben oder wie sieht so ein gelungenes Leben aus? Ein gelungenes Leben bedeutet immer wieder Erfüllung, Glück und Zufriedenheit zu finden. Trotz aller Upside Downs, trotz aller Probleme, trotz aller Schwierigkeiten, trotz allem Leidensdruck immer wieder tatsächlich Erfüllung, Glück und Zufriedenheit zu finden. Und zwar den Dingen nicht hinterherzulaufen oder etwas typischerweise dafür zu tun oder sie zu fordern, sondern sie entstehen automatisch. Dieses Erfüllende, das ein Erfüllt, das Glück und die Zufriedenheit entstehen immer wieder. Solcher Mensch hält Anforderungen aus. Anforderungen, die an ihn durch die Umwelt gestellt werden, durch andere Menschen gestellt werden, durch die Kultur gestellt werden, durch seinen Beruf, was auch immer, familiär gestellt werden. Also Anforderungen aushalten und nicht daran scheitern. Kraft, Energie, Durchhaltevermögen, Lust genießen. Natürlich immer wieder Lust genießen in diesen mannigfachen Formen von Lust. Und Lust begegnet uns permanent. Immer dann eigentlich, wenn wir schon eine schwere Wahrnehmung haben, eine sinnliche Wahrnehmung, die entsteht, die Lust macht und Lust entstehen lässt und daraus Freude entstehen lässt und das eben genießen lässt, kann Dinge für sein Leben verändern und erlangt dadurch Zufriedenheit. Diese Selbstkompetenz, etwas Wichtiges. Ich kann selbst etwas schaffen. Ich bin in der Lage, mich von etwas zu befreien. Ich bin in der Lage, etwas zu schöpfen, einen schöpferischen Prozess zu begehen. Ich kann Dinge tun und ich kann mich denen stellen, auch wenn es nicht einfach ist. Und ich bewirke etwas. Flexibel, anpassungsfähig. Immer wieder diese große Flexibilität, die wir als Menschen brauchen, die Anpassungsfähigkeit, die Resilienz natürlich. Viele Dinge können krank machen oder können uns gestört machen im Leben. Aber ein Mensch, der ein zufriedenes Leben hat, ein gelungenes Leben hat, wird immer wieder resilient, trotz aller möglichen problematischen Dinge. Wer wissen, ist nicht traumatisiert in dem Sinne oder er ist nicht meinetwegen retroorientiert und sagt, Gott, hatte ich eine schlimme Kindheit und das war alles so blöd und meine Eltern waren blöd und so weiter. Und diese ganzen Geschichten. Und dann ist er dann krank, mental krank oder körperlich krank. Und hier eben die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit gegenüber allen Dingen im Leben. Ein gelungenes Leben ist doch ein reflexives Leben. Ein reflexives oder Reflexionen bedeutet ja nachdenken. Sich immer wieder selbst sehen und begreifen in diesem emotional abstrakten Raum des eigenen Reflektierenden. Emotionale Schwingung ist wichtig. Ich muss eben, wenn ich ein gelungenes Leben haben will, tatsächlich in der Lage sein, emotional schwingungsfähig zu sein. Das heißt also, unterschiedliche Emotionen zu kennen und auch mich darin zu befinden, aber eben auch wieder daraus zu kommen und sie abstrakt zu erkennen und zu begreifen, ohne dass ich eben mich nur rational damit beschäftige oder intellektuell bin und damit abgespalten bin, sondern eben Emotionen und Kognition, wenn ich das jetzt psychologischer sage, tatsächlich zusammenzubringen. Retrospektiven in veränderten Einsichten immer wieder entstehen lassen. Das Tolle an unserem Leben ist ja die Gedächtnisfähigkeit, die wir haben. Also das, was wir im Leben erlebt haben, tatsächlich immer wieder erinnern zu können und diese Erinnerung aufgreifen zu können und dadurch veränderte und immer wieder veränderte Einsichten zu erlangen. Dadurch natürlich Erkenntnishorizonte zu haben. Ein gelungenes Leben ist vor allem ein Leben, das eine Bewusstwerdung ist, das Erkenntnishorizonte schafft, wie auch immer die Erkenntnisse aussehen. Es können negative und positive Erkenntnisse haben. Unabhängig und trotzdem bindungsfähig. Etwas sehr Wichtiges für ein gelungenes Leben, einerseits die eigene Unabhängigkeit zu begreifen und auch zu vollziehen und zu verwirklichen und andererseits eben auch bindungsfähig zu sein und auch starke Bindungen haben zu können. Mitfühlend und abgrenzend. Als Mensch in einem gelungenen Leben bin ich immer wieder mitfühlend, aber auch gleichzeitig abgrenzend. Das Mitgefühl führt ja nicht dazu, dass ich mit in irgendwelche Abgründe gerissen werde oder totale Euphorien gerissen werde und gar nicht mehr merke, was ich oder wer ich selber bin. Also mitfühlend und abgrenzend. Bemerkt das eigene und das nicht eigene. Und bemerkt, dass das eigene und das nicht eigene, also im Unterschied das bin ich und das ist der andere Mensch oder das ist die Welt, ineinander greifen und miteinander zu tun haben und sich letztendlich wechselseitig bedingen. Unterscheidet aber auf der anderen Seite auch Eigenes und Nicht-Eigenes in dieser Grenzhaftigkeit, die hier existenziell vorgegeben ist. Ein gelungenes Leben ist doch ein Leben mit zahlreichen Transzendenzerfahrungen und zwar persönlichen Transzendenzerfahrungen, nicht gelehrten oder glaubensmäßigen oder spirituellen Interrogationen und was man so machen kann, also wenn man etwas liest und dann glaubt man sei jetzt transzendent oder spirituell, sondern die eigentliche Transzendenz oder die wahre oder wahrhaftigere Transzendenz entwickelt sich tatsächlich anhand der eigenen Persönlichkeit, ganz phänomenal. Eigene Kinder und Familien sind wiederkehrende, auch grundlose Freude. Als wichtiger Indikator für ein gelungenes Leben, immer wieder entstehende, wiederkehrende und auch grundlose Freude. Wir müssen nicht immer einen Anlass für Freude haben, sondern wir wachen auf und sind plötzlich freudig oder wir sind mitten in der Arbeit und es ist total anstrengend und ich empfinde Freude oder ich blicke in eine Landschaft und es entsteht Freude. Altruistisch zu sein, das heißt immer wieder geben zu können, sich der Welt geradezu geben zu können, um andere Menschen kümmern, um die Welt kümmern, was auch immer das ist, von sich selber absehen und bei anderen Menschen zu sein. Kommt also in der Hinsicht bei einem gelungenen Leben aus sich selbst immer wieder heraus, findet aber auf der anderen Seite auch immer wieder zu sich zurück. Kreativ in Bezug auf den persönlichen Ausdruck. Die Persönlichkeit ist etwas Einmaliges und diese Einmaligkeit ist eben auch etwas sehr Kreatives, etwas Schöpferisches in dem Sinne. Ich mache etwas Schöpferisches aus meinem Leben, aus meinem Beruf, aus meiner Berufung, das nur ich eigentlich so kann und das auch so gemeint ist für mich selbst, nicht im egozentrischen Sinne, sondern im Sinne dessen, was ich eben dazugebe in meiner Kreativität. Natürlich bedeutet ein gelungenes Leben Sinnfindung und Sinngebung, immer wieder einen Sinn zu finden und sich auf den Weg zu machen, einen Sinn zu finden, aber eben auch eine Sinngebung, die entsteht. Plötzlich erkenne ich etwas, warum die Dinge den und den Sinn gemacht haben. Ein gelungenes Leben akzeptiert Leid und Freude, ohne daraus nur Eigenkonstrukte zu machen. Also nur ich bin es in dem Sinne, es ist nicht so, sondern akzeptiert Leid und Freude, denn Leid und Freude existieren einfach außerhalb von mir oder durch mich oder in mir genauso. Und ich kann natürlich noch einen draufsetzen und kann aus dem Leid, das schon besteht und das natürlicherweise in unserem Leben, Achtung, verankert ist, noch mehr machen und daraus gewissermaßen eben auch einen Selbstläufer machen oder noch mehr Leid produzieren. Und dieses Leid kann ich eben vermeiden, weil ich es ja selber bestimmen kann. Und das Gleiche gilt für die Freude. Ich kann also auch mich euphorisch ständig hineinleben und kann sagen, ich will noch mehr Lust und wie kriege ich die Lust und all das, um Freude zu erfahren. Es gibt viele Menschen, die der Freude hinterherlaufen und versuchen, eine künstliche Freude zu machen und das ist natürlich dann sehr problematisch. Und hier eben bei einem gelungenen Leben bedeutet das, dass dieser Mensch akzeptiert, eine Akzeptanz hat von Leid und Freude, ohne daraus nur Eigenkonstrukte zu machen. Dann ist natürlich ein gelungenes Leben auch immer wieder Ruhe zu finden, zur Ruhe, zum Ausgleich zu kommen, zum Nicht-Tun, zur Kontemplation, zur Meditation, zum Genießen des Schlafes, des Nicht-Tuns. Ich habe neulich ein Audio darüber gemacht, wie wichtig es ist und wie oft wir verkennen als Menschen, dass das Nicht-Tun, also das Nicht-Bewusstsein, etwas ganz Grundlegendes ist für unser Leben, damit eben Bewusstsein überhaupt möglich ist. Und natürlich letztendlich das Leben als eine konstruktive Herausforderung zu begreifen und zu verstehen und sich der zu stellen, das ist auch ein Indikator für ein gelungenes Leben. Also das mal so ein ganz kurzes Schweifen darüber, was ist so ein gelungenes Leben und natürlich könnte man das noch erweitern und das hat längst keine Vollständigkeiten. Es gibt auch überhaupt nie Vollständigkeiten, sondern es gibt eben nur das, mit dem man sich auseinandersetzen kann.